Hören B1. Prüfungen. Goethe. ÖSD. Telk. Modelltest 6. Teil 1. Sie hören nun fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Supermarkt. Guten Tag verehrte Kunden. Wir freuen uns Sie über unsere ganz besonderen Sonderangebote heute informieren zu können. Diesmal lautet das Motto, frisch und knackig hält fit und gesund. Probieren Sie die Tafelbirnen aus Südafrika. Süß und saftig, das Kilo nur 2,99. Oder mögen Sie lieber Gemüse? Dann sind die reifen roten Tomaten aus Griechenland in der 500-Gramm-Packung für 1,49 genau das Richtige für Sie. Außerdem im Angebot grüne Salatköpfe. Das Stück 45 Cent aus Italien. Ideal für eine kalorienarme Diät. Und schließlich ein Top-Angebot aus dem eigenen Land. Äpfel. Das Kilo für nur 1,89. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag verehrte Kunden. Wir freuen uns Sie über unsere ganz besonderen Sonderangebote heute informieren zu können. Diesmal lautet das Motto, frisch und knackig hält fit und gesund. Probieren Sie die Tafelbirnen aus Südafrika. Süß und saftig, das Kilo nur 2,99. Oder mögen Sie lieber Gemüse? Dann sind die reifen roten Tomaten aus Griechenland in der 500-Gramm-Packung für 1,49 genau das Richtige für Sie. Außerdem im Angebot grüne Salatköpfe. Das Stück 45 Cent aus Italien. Ideal für eine kalorienarme Diät. Und schließlich ein Top-Angebot aus dem eigenen Land. Äpfel. Das Kilo für nur 1,89. Verzehren Sie sie mit oder ohne Schale. Sie tun in jedem Fall etwas Gutes für Ihre Gesundheit. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Bahnhof. Achtung Bahnsteig 10 EN 490 Hans Halbers nach Hamburg-Altona über Passau, Nürnberg und Hannover mit einem Zugteil Auto im Reisezug fährt ab. Der Schlafwagen und der Liegewagen befinden sich im vorderen Zugteil. Dieser Zug hält bis Linz Hauptbahnhof in Wien-Hütteldorf, St. Pölten Hauptbahnhof und Amstetten. Bitte einsteigen. Vorsicht! Türen schließen automatisch. Wir wünschen gute Reise. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung Bahnsteig 10 EN 490 Hans Halbers nach Hamburg-Altona über Passau, Nürnberg und Hannover mit einem Zugteil Auto im Reisezug fährt ab. Der Schlafwagen und der Liegewagen befinden sich im vorderen Zugteil. Dieser Zug hält bis Linz Hauptbahnhof in Wien-Hütteldorf, St. Pölten Hauptbahnhof und Amstetten. Bitte einsteigen. Vorsicht! Türen schließen automatisch. Wir wünschen gute Reise. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit der automatischen Programmdurchsage des österreichischen Akademietheaters in Wien verbunden. Unser Spielplan Samstag 19.30 Uhr Professor Bernadi Sonntag 15.00 Uhr Peter Pan Dienstag 19.30 Uhr Professor Bernadi Mittwoch 19.00 Uhr Das Weite Land Donnerstag 17.00 Uhr und Freitag 18.00 Uhr Adventlesung Die Weihnachtsgeschichte Telefonische Kartenbestellung unter 01 712 395 Wir empfehlen sich zu vergewissern, ob keine Änderung des Spielplans oder der Anfangszeit eingetreten ist. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit der automatischen Programmdurchsage des österreichischen Akademietheaters in Wien verbunden. Unser Spielplan Samstag 19.30 Uhr Professor Bernadi Sonntag 15.00 Uhr Peter Pan Dienstag 19.30 Uhr Professor Bernadi Mittwoch 19.00 Uhr Das Weite Land Donnerstag 17.00 Uhr und Freitag 18.00 Uhr Adventlesung Die Weihnachtsgeschichte Telefonische Kartenbestellung unter 01 712 395 Wir empfehlen sich zu vergewissern, ob keine Änderung des Spielplans oder der Anfangszeit eingetreten ist. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio Und nun, meine Damen und Herren, hören Sie die Abendnachrichten. Bei einem Unfall ist heute Nachmittag gegen 15.00 Uhr ein zwölfjähriger Junge von der Straßenbahn in Prenzlauer Berg schwer verletzt worden. Das Kind wollte mit seinem Fahrrad die Gleise in der Greifswalder Straße in Höhe Rodowitzki Straße an einem Übergang überqueren. Dabei achtete der Junge nicht auf eine stadteinwärtsfahrende Straßenbahn der Linie M2. Er prallte mit dem Kopf gegen das Führerhaus und zog sich Verletzungen an Kopf und Schulter zu. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun, meine Damen und Herren, hören Sie die Abendnachrichten. Bei einem Unfall ist heute Nachmittag gegen 15.00 Uhr ein zwölfjähriger Junge von der Straßenbahn in Prenzlauer Berg schwer verletzt worden. Das Kind wollte mit seinem Fahrrad die Gleise in der Greifswalder Straße in Höhe Rodowitzki Straße an einem Übergang überqueren. Dabei achtete der Junge nicht auf eine stadteinwärtsfahrende Straßenbahn der Linie M2. Er prallte mit dem Kopf gegen das Führerhaus und zog sich Verletzungen an Kopf und Schulter zu. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf der Mobilbox. Ja? Hallo? Adele? Hier ist Marie-Louise. Du hast hoffentlich nicht vergessen, dass wir heute Abend zusammen ins Landestheater gehen wollen. Ich habe die Eintrittskarten an der Theaterkasse zurücklegen lassen. Du kannst sie bis eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn abholen. Kannst du das bitte übernehmen? Mein Chef hat mich nämlich gebeten, etwas länger im Büro zu bleiben. Und da kann es sein, dass ich erst kurz vor Beginn der Vorstellung am Theater sein kann. Wir treffen uns wie verabredet am Eingang. Ich hoffe, ich lasse dich nicht allzu lange warten. Tschüss, bis dann. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ja? Hallo? Adele? Hier ist Marie-Louise. Du hast hoffentlich nicht vergessen, dass wir heute Abend zusammen ins Landestheater gehen wollen. Ich habe die Eintrittskarten an der Theaterkasse zurücklegen lassen. Du kannst sie bis eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn abholen. Kannst du das bitte übernehmen? Mein Chef hat mich nämlich gebeten, etwas länger im Büro zu bleiben. Und da kann es sein, dass ich erst kurz vor Beginn der Vorstellung am Theater sein kann. Wir treffen uns wie verabredet am Eingang. Ich hoffe, ich lasse dich nicht allzu lange warten. Tschüss, bis dann. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit dem Hotelrestaurant Hase in Laatzen-Grasdorf verbunden. Leider sind momentan alle Leitungen belegt. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Sie erreichen uns mit dem Auto über die A7, Abfahrt Laatzen. Oder mit der Stadtbahnlinie 2, Haltestelle Neuer Schlag. Sie sind mit dem Hotelrestaurant Hase in Laatzen-Grasdorf verbunden. Leider sind momentan alle Leitungen belegt. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Unser Hotel liegt 22 Kilometer vom Flughafen Hannover und 2,5 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Entfernung bis zum Ausstellungsgebäude, Messeeingang Süd, 9 Kilometer. Sie sind mit dem Hotelrestaurant Hase in Laatzen-Grasdorf verbunden. Leider... Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit dem Hotelrestaurant Hase in Laatzen-Grasdorf verbunden. Leider sind momentan alle Leitungen belegt. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Unser Hotel liegt 22 Kilometer vom Flughafen Hannover und 2,5 Kilometer vom Hauptbahnhof. Entfernung bis zum Ausstellungsgebäude, Messeeingang Süd, 9 Kilometer. Sie sind mit dem Hotelrestaurant Hase in Laatzen-Grasdorf verbunden. Leider... Teil 2 Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie fünf Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. kamenz zu sechs care und wir Vielen Dank. 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 Sie sind schon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ... ...... ...... ...... ......